Musik Ich bin die Nadine, ich arbeite für James und David Adinas in der IMA-Clique. Wir betreiben zwei Restaurants in Frankfurt, haben eine Eventagentur, eine Beratungsagentur und machen noch vieles mehr. Michel van Guter, Gastronomieberater mit meinem eigenen Unternehmen. Ich zertifiziere die Hessen à la carte Betriebe. Ich betreue im Hintergrund die Initiative Gastronomie Frankfurt. Ich bin für Qualität kompakt und für Hessen unterwegs, um den Tourismus weiter zu unterstützen und für die IHK bin ich beim Tourismus in Freizeit. Und was mache ich bei der IMA-Clique, sollte ich vielleicht auch noch sagen? Das wäre vielleicht... Ich bin die Ersta von David und die Linke von James. Okay, hey, das ist beides da. Super. Michel, was braucht die Branche jetzt? Unterstützung von der Regierung auf jeden Fall und die Anerkennung, die es sich verdient hat. Welche drei Dinge sind in deinem Job unerlässlich? Empathie, Zuversicht und Spaß. Genau so ist es. Bitteschön. Was ist das Coole an deinem Job? Freude zu bereiten. Ich hole meine Gastronomen ab und bringe sie wieder dahin, wo sie sein wollen, um Freude zu bereiten. Das ist meine. Das Beste an dieser Branche ist... Das Essen. Aber in der Gastronomie, das Essen. Super. Dein Credo. Meine Gangart, wenn man es dann so will, ist wirklich Freude zu bereiten. Also Menschen abzuholen, Menschen zu begeistern, Gemeinschaft zu bilden. Eine persönliche Frage? Wo trifft man dich nach Feierabend? Im Laden. Abregnungen machen. In meinem eigenen Laden, ja. Oder zu Hause tatsächlich. Was ist die spannendste Veränderung, was ist die spannendste Veränderung in unserer Branche der letzten Zeit? Die Taktung. Das Volumen, die Taktung, die Schnelligkeit. Also ich bin schon lange in der Branche und es war immer schnell, was du abliefern musst. Und das, was wir jetzt momentan aktuell erleben, ist nochmal eine Taktung mehr. Ja, gehe ich mit dir kopfhörig. Ja.